Der AGE-Reader ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt, das noninvasiv die Ansammlung von AGEs im Gewebe innerhalb weniger Sekunden messen kann. Das Ergebnis ermöglicht eine umgehende Risikoprognose für kardiovaskuläre Erkrankungen in Echtzeit. Da AGEs zu Fehlfunktionen bei Eiweißen führen können, haben einige von ihnen charakteristische autofloreszierende Eigenschaften. Werden sie von UV-Licht bestrahlt, reflektieren sie dieses in unterschiedlichen Wellenlängen. Die innovative Technik des AGE-Readers beinhaltet unter anderem eine UV-Lichtquelle, welche die Haut des Unterarms mit einer Tiefe von einem Millimeter bestrahlt. Dank ihrer autofloreszierenden Eigenschaft reflektieren die AGEs im Unterhautgewebe dieses Licht. Der AGE-Reader nimmt die Reflexion auf und setzt sie in einen konkreten Wert um. Die Intensität der Autofloreszenz geht mit der Anzahl an AGEs in der Haut einher. Bei einer gesunden Person liegt dieser Wert im moderaten Bereich, während unter anderem bei Menschen mit gesteigertem kardiovaskulären Risiko, unbekanntem oder schlecht eingestelltem Diabetes oder mit Nierenerkrankungen dieser Wert erhöht ist.